und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus heute schauen wir uns zusammen das undersea boat von rio bricks an die 33050 3660 steine verbauen wir hier um ein riesiges u-boot zu bauen und das wird wohl ein längeres video deshalb fasse ich mich so kurz wie möglich aber schon mal am beginn vielen vielen dank an lestai denn lestai hat mir dieses set für die review zur verfügung gestellt das freut mich natürlich riesig dass ich euch durch lestai jetzt hier so ein großes set von rio bricks vorstellen kann vielen vielen dank an der stelle und natürlich hat lestai auch wieder ein kleines goodie für euch dabei denn wenn ihr mit dem code valleybrick auf der seite lestai.de etwas bestellt dann könnt ihr dort auf jeden artikel völlig egal ob auf dieses u-boot oder einen anderen artikel 20 prozent sparen das hört sich ja wohl sehr sehr gut an also vorbeischauen lohnt sich dort auf jeden fall kommen wir zurück zum u-boot die schachtel ist für 3600 steine relativ klein und damit auch sehr prall gefüllt vorhin sehen wir das u-boot abgebildet so ein wenig in wasser gephotoshopped ich finde das ist relativ schön gestaltet wir haben unten simulation modell stehen ob das wirklich ein set ist was sehr sehr nah an einem echten vorbild ist das werden wir rausfinden auf der linken seite sehen wir die ersten richtig richtig spannenden sachen denn auch wenn das nicht allzu groß gestaltet ist sehen wir einfach dass dieses u-boot am ende 1 meter 40 lang werden wird 12 zentimeter breit und 33,6 zentimeter hoch 1 meter 40 und ja das war wirklich kein witz und ich bin damit voll aufzufrieden das ist also wirklich kategorie set dafür muss man platz haben auf der rückseite sehen wir dann das u-boot noch mal mit seiner plakette stehen und einige detail aufnahmen vom innenraum und auch von dem u-boot an sich das werden wir uns dann aber gleich natürlich am vollständigen set anschauen in der prall wirklich prall gefüllten box befinden sich dann 14 von diesen bauabschnittstüten jeweils so eindeutig beschriftet und dazu finden wir noch diese tüte drin mit formteilen die schauen uns gleich noch genauer an und ihr kennt ja sowieso das prozedere die steine qualität beleuchten wir dann während des baus wenn wir auch wirklich etwas dazu sagen können dann machen wir die tüte auch mal auf was sich darin noch genau befindet und darin finden wir dann insgesamt acht mal dieses schalen teil wir haben drei von den grauen soft axels dabei wir haben diese platte dabei diese große fließe dieses aber leider sehr matt aber das ist wirklich das material dies nicht verkratzt oder abgegriffen aber mit zwei relativ offensichtlichen anguss punkten obwohl ich die anguss punkte von anderen herstellern auch durchaus schon schlechter gesehen habe und dieses tütchen mit einem langen strick und neben diesen ganzen sachen haben wir natürlich auch noch die anleitung dies noch mal einzeln in einer folie sie ist auf jeden fall aus einem hochwertigen papier die druckqualität ist auch sehr gut sie ist geklebt auch ordentlich dick gehört sich ja auch für 3600 steine direkt beim aufschlagen kommt uns dieser sticker bogen entgegen alles bedruckt wäre natürlich cooler aber ich muss sagen für die setgröße ist der noch vertretbar aber die plakette hätten sie schon sehr sehr gerne drucken können in der anleitung gibt es dann gar kein vorgeplänkel es geht sofort los wir sehen welche bauabschnittstüte benutzt werden muss das ist auch relativ logisch es ist immer alles in vollfarbe dargestellt es wird nichts ausgegraut wie wir das auch von riobricks kennen aber neue teile werden rot umrandet beziehungsweise dann mit roten pfeilen gezeigt wo diese platziert werden soll insgesamt haben wir 306 seiten hoffentlich bauspaß und natürlich gibt es auch noch eine teile liste hier gilt wie immer haltet euch das video bitte gerne an an dem punkt der euch dort besonders interessiert denn ich würde sagen hier gibt es doch einiges zu entdecken das war es auch schon mit der anleitung und ich würde sagen wir plänkeln gar nicht weiter rum ich fange jetzt anzubauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal in der mitte des dritten bauabschnitts wieder also das ist jetzt der stand dritter bauabschnitt und davon unter punkt 2 das mag ich ja an diesen riobricks sets an den größeren besonders ich meine klar ich suche auch gerne mal aus großen steinehaufen sachen raus aber hier haben wir immer eine aufteilung dass wir bisher zumindest pro bauabschnitt vier untertüten haben diese untertüten sind auch noch mal durchnummeriert wie hier zum beispiel der nächste wäre 33 und man verbaut wirklich erst mal nur diese tüte dann kommt die nächste tüte man hat also selbst mit weniger platz immer nur wenige steine auf dem bautisch und muss nur aus diesen wenigen steinen seine sachen raussuchen dann haben wir schon untersegmente gebaut von diesem u-boot hier so eine art schaltzentrale wir schauen uns das natürlich gleich aus der nähe an eine küche noch eine art maschinenraum querstrich planungsraum und hier vorne ein abteil in dem torpedos lagern wenn wir uns das ganze jetzt aus der nähe anschauen dann wundert euch schon mal nicht es sind leider keine drucke was ihr gleich seht aber es sind zumindest hochwertige transfersticker deshalb sehen die auch sehr gut aus ich finde das ist schon mal relativ detailreich wenn auch einfach gebaut gefällt mir sehr gut auch die küche finde ich sehr schön gestaltet wir haben auch drei öfen dabei was jetzt in einem solchen u-boot unbedingt drei gänze oder hühner im ofen gibt das möchte ich jetzt einfach mal bezweifeln denn ich gehe davon aus dass das auch mit der haltbarkeit ein problem ist aber vielleicht wisst ihr da mehr und wenn wir dann den nächsten raum anschauen sieht das auch sehr gut aus wenn hier auch vieles über sticker gelöst wurde ich finde aber besonders diesen tisch hier schön gestaltet und dass wir dort organisch diesen plan und noch mal notizen und noch verschiedenstes liegen haben der torpedoraum vorne ist dann wieder relativ einfach gebaut aber rundet dieses erste segment was wir bauen sehr sehr gut ab jetzt würden wir überbauen und es würden die nächsten segmente folgen der unterbau ist komplett hohl wir haben diese schalen elemente darauf bauen wir diese technik bricks und dann wird das ganze verkleidet gerade am anfang ist es relativ knifflig gewesen diese schalen elemente und die technik bricks zu verbauen da musste man relativ hart zu drücken weil sich natürlich bei diesen schalen elementen die mit pins verbunden sind das erstmal noch ein wenig verbunden hat das ist aber eine bauweise die unglaublich stabil ist und es war auf jeden fall zu realisieren auch ohne zange oder ähnliches man muss einfach wirklich gut zudrücken und schauen dass man das so gut wie möglich verbunden bekommt durch diese bautechnik haben wir aber auch einen relativ geringen flex in dem set obwohl wir ja jetzt schon eine ordentliche länge haben wenn ich hier drauf tippe ihr seht wir haben ein leichtes wackeln drin aber so gut wie keine verbiegung querstrich keinen flex von den teilen ganz im gegensatz zu einem teil was wir im dritten bauabschnitt aus der tüte geholt haben wir haben dort vier von diesen plates drin eine ist so stark verbogen worden das war jetzt in diesem falle pech denn die anderen sind komplett ganz angekommen aber selbst diese verbogene plate bin ich mir sicher bekommen wir noch verbaut fehlteile gab es bisher nicht und ich hatte sehr viel spaß hoffe natürlich dass das so weitergeht sechs bauschritte haben wir hinter uns und dieses projekt bringt den aufnahmetisch auf jeden fall an seine grenzen denn das was ihr hier seht habt ihr ja alles schon im video abschnitt davor gesehen und erst hier wenn ihr rechts schaut geht es langsam mit dem los was wir jetzt neu gebaut haben denn wir haben dort diese gesamte verkleidung noch mit ergänzt dort drin ist nichts zu sehen das ist wirklich einfach nur verkleidung ein paar bunte steinchen sind da mit drin versteckt die man dann am ende als markierung nimmt wie zum beispiel dieses gelbe oder dieses rote steinchen ich hätte das nicht gebraucht aber stört mich jetzt auch nicht immens und diese verkleidungen sind wirklich sehr sehr schön gebaut ich finde ohne formteil hat man hier trotzdem einen guten übergang geschafft und außer die schiere größe dieses projekts das ist ja noch lange nicht die endgröße da kommt noch einiges dazu kann man hier nicht allzu viel zeigen deshalb würde ich sagen geht es weiter und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder bauabschnitt nummer 9 ist geschafft und ich glaube ihr seht schon wenn ich das ganze dann gleich bis zu ende gebaut habe müssen wir auf jeden fall die aufnahme location ändern das ist mal eine richtige ansage und ich werde das ganze teil natürlich dann auch für euch noch einmal ausmessen auch hier an dem hinteren teil gibt es nicht allzu viel zu entdecken vor allem innen ist nichts zu entdecken außen haben wir vor allem die verkleidung weiter gebaut wir haben diese orangen schrauben das ganze ist auf silbernen teilen gelagert die silbernen teile gefallen mir die orangen teile eher weniger und ich finde der abschluss ist auf jeden fall gut gelungen aber wie gesagt das müssen wir uns dann gleich an einer anderen aufnahme location noch einmal zusammen anschauen leider gab es jetzt das erste fehlteil zu beklagen hier war natürlich auch noch so ein slope mit noppen dran der hat leider gefehlt es ist etwas was ich ziemlich gut überleben werde und auch ersetzen kann aber fehlteile sind natürlich nie schön egal wie groß das set sein mag eine zwischeninfo muss ich auf jeden fall noch reinschneiden mir ist nämlich gerade ein großer faux pas aufgefallen der torpedoraum ist hinten und der maschinenraum ist vorn macht nicht allzu viel sinn als habe ich gedacht habe ich bestimmt falsch gebaut aber nö genauso wird das gebaut der maschinenraum ist doch in der anleitung vorn und der torpedoraum hinten macht für mich nicht allzu viel sinn 3660 teile wurden in ganzen 14 bau abschnitten nun endgültig verklemmt und dieses riesige monstrum steht nun vor uns das ist nicht gerade ein kleines u-boot aber das ist ja glaube ich auch allen schon vorher klar gewesen wie wir ja hier so viele steine verbaut haben war der bau aber sehr sehr kurz gehalten darauf gehe ich dann gleich noch ein warum das der fall war davor noch mal die maße ich habe das ganze ausgemessen 1,40 m ist angegeben in der länge ich hätte eher 1,39 m 1,5 gesagt ich glaube aber dass das hier etwas erbsenzählerei ist und dass man das immer noch zählen lassen kann die höhe von 33,6 cm und die breite von 12 cm würde ich genauso unterschreiben das hat sehr sehr gut übereingestimmt und jetzt nochmal dazu warum der bau relativ kurz gehalten war das hängt damit zusammen dass bei diesem schiff natürlich sehr sehr viele ähnliche bauschritte drin sind und generell jetzt nicht so viel spannendes hier passiert das ist aber nicht unbedingt schlecht denn dieser bau hat sehr sehr viel spaß gemacht und eignet sich perfekt wenn man über einen längeren zeitraum ein größeres set einfach entspannt klemmen möchte ohne groß nachzudenken das hängt auch damit zusammen dass die anleitung super super einfach ist und natürlich wir bei beiden seiten die verkleidung eigentlich 1 zu 1 bauen und auch die einzelnen verkleidungselemente natürlich sehr ähnlich sind wie gesagt das ist nichts negatives sondern auch eine bauart die durchaus spaß machen kann und gerade in einer etwas stressigeren zeit kann es gut sein mal so etwas zu bauen was eben nicht allzu anspruchsvoll ist optisch gefällt mir das endergebnis wirklich richtig richtig gut es gibt ja so diesen einen großen konkurrenten würde ich sagen und das ist das große u-boot von panlos und das gefällt mir optisch ähnlich gut also ich finde die sind von außen optisch gleich auf wo mir das u-boot von panlos etwas besser gefällt ist der innenraum wir haben uns das ja schon angeschaut wir haben ja zwar schon einige räume gebaut und die sehen auch für sich gut und stimmig aus was mich ein wenig stört ist dass wir außer in dem mittelteil bei den räumen die ich euch jetzt auch noch mal eingeblendet habe nichts anderes dabei haben wir haben also weder bei dem vorderen noch bei dem hinteren teil des u-boots irgendeinen innenraum das ist wirklich nur die konstruktion und die außenverkleidung das wäre noch cool gewesen vielleicht noch 300 teile rein meinetwegen und das dann auch noch etwas ausgestalten das stört mich persönlich nicht denn ich werde das u-boot am meisten von außen betrachten und das ist natürlich auch ein display und kein spielset trotzdem gefällt es mir immer gut wenn man eben weiß dass in so einem u-boot schiff oder was auch immer könnten auch fahrzeuge sein einfach details auch innen versteckt sind die man auf den ersten blick von außen nicht sieht man weiß aber dass man diese gebaut hat und da wäre hier noch etwas luft nach oben gewesen von außen gefällt es mir optisch aber sehr sehr gut und dieses u-boot ist ja natürlich an ein deutsches u-boot angelehnt wir haben aber keine offizielle lizenz deshalb lasse ich jetzt hier auch ein rätsel raten welcher u-boot typ das genau sein soll ich komme auch sehr gut damit aus dass hier nicht ein originales vorbild explizit auf dem set genannt wird denn das hätte dem set meiner meinung nach nicht gut getan wir haben ja verschiedene u-boot typen und spezifikationen auch bei den deutschen u-booten im zweiten weltkrieg und ich finde so wie eines davon sieht das nicht zu 100 prozent aus für mich ist das eine mischung aus drei verschiedenen typen und deshalb finde ich es auch gut dass eben hier nicht ein bestimmter name drauf steht denn dann wäre es wieder ein kritikpunkt gewesen dass das eben nicht hundertprozentig wie das vorbild aussieht hier habe ich dieses problem nicht und für mich ist das jetzt ein generisches der fantasie entsprungenes deutsches u-boot und in dem rahmen dass wir hier kein explizit genanntes vorbild haben finde ich ist es auf jeden fall ein sehr sehr hübsches und auch detailreiches u-boot von außen geworden in dem rahmen was bei u-booten detailmäßig möglich ist da ist man natürlich auch gewissermaßen beschränkt die frage pandas oder rio bricks ist bei den u-booten jetzt meiner meinung nach ein wenig die frage nach masse oder klasse im innenraum wenn man masse und imposanz haben will dann ist man hier bei dem rio bricks set auf jeden fall sehr sehr gut beraten über die steine qualität haben wir ja noch gar nicht geredet und da muss ich sagen die steine qualität hat mir hier sehr sehr gut gefallen sie lassen sich gut verbauen es sind eher härtere steine erinnert mich tatsächlich vom verbauen sehr an gute kobe steine und dementsprechend gibt es hier überhaupt nichts zu meckern aussehensmäßig sind die steine auch absolut in ordnung wir haben leichte farbabweichungen in den teilen wir haben auch ein paar kratzer in den teilen aber das hält sich alles in grenzen und im großen und ganzen glänzen die teile gut ihr seht jetzt auch ein paar fingerabdrücke an dem set das konnte man ganz ganz schwer verhindern gerade das transportieren von dem set kann etwas schwieriger werden nicht weil es nicht stabil wäre das ding ist sehr stabil und ist durchaus auch zur verbrechungsbekämpfung bis auf eine stelle geeignet die zeige ich euch aber gleich noch sondern weil es mit seinen 1,39 m an länge einfach ein riesen riesen oschi ist bei dem man sich schon überlegen muss in welchem raum man sich umdreht und es ist natürlich auch ein statement wenn man sich ein fast 1,40 m langes klemmbaustein u-boot irgendwo in die bude stellt dafür braucht man erstens den platz und zweitens muss man das dann schon sehr mögen um das wirklich zu machen der einzige nicht allzu stabile punkt ist tatsächlich dieser aufbau hier das hängt damit zusammen dass die platten unten relativ wenig unterfütterung bekommen haben und ihr seht das jetzt wir können das hier auch nochmal mehr andrücken als es hier auf den ersten blick aussieht und sobald man das loslässt kommt es wieder ein stückchen nach oben das lässt sich nicht so gut andrücken es hält trotzdem aber das ist wenn man so möchte dann die sollbruchstelle an diesem set wenn man es dort falsch berühren sollte was halt dann besonders ärgerlich wäre denn wir haben an diesem aufbau auch jeweils die leinen befestigt die leinen haben mich in diesem set überhaupt nicht gestört es ist ja auch nicht viel ich gebe euch nur den tipp schneidet die nicht nach anleitung ab sie sind nicht zu kurz das ist schon mal gut aber sie sind eigentlich zu lang wenn man sie so abschneidet ich würde wirklich den strick spannen festknoten an beiden seiten und dann im eingebauten zustand das ganze abschneiden man hat auch nochmal genug strick als ersatz um nochmal diesen doppelstrick vorn neu zu spannen im letzten bauabschnitt sind nur noch standfüße dazugekommen das sind keine design highlights aber sie erfüllen auf jeden fall ihren zweck und das set steht darauf sicher ebenfalls dazugekommen ist noch die plakette diese hätte man sich meiner meinung nach sehr sehr gut sparen können denn erstens findet man auf der plakette genau das was ich auf der verpackung noch gut fand dass es dort gefehlt hat eine genaue bezeichnung des u-boots und zweitens mein größeres problem das ist ein aufkleber und den kann man sich wirklich klemmen dieser transferaufkleber den dort drauf zu kriegen auf die raue plakette das macht keinen spaß und ich finde so etwas muss bedruckt sein oder man lässt es eben weg wir haben im ganzen set ja auch noch einige andere aufkleber und die inneren aufkleber waren noch ordentlich denn diese sind nicht über mehrere steine gegangen die außen aufkleber sind meiner meinung nach eine mittlere katastrophe diese gehen fast in jedem fall über mehrere steine man müsste dort einige schnitte mit dem skalpell setzen da bin ich überhaupt kein fan von und meiner meinung nach geben die aufkleber dem u-boot jetzt auch nicht so einen riesigen aussehensschub ich würde sie also an eurer stelle weglassen was bei den steinen noch ganz interessant zu erwähnen wäre ist dass man hier durchaus tendenzen sieht dass die dänischen Designmuster hier durchbrochen werden das sehen wir unter anderem bei den 2x2er Teilen Modified mit Noppe in der Mitte dort seht ihr die haben ein ganz eigenes Design wir haben hier auch Slopes die nicht komplett rund sind sondern eine leichte stufige Abstufung haben und gerade die Baurichtungsumkehrelemente sind sehr abgerundet bei diesem Set und entsprechen damit nicht mehr dem dänischen Designmuster ich finde jeder Schritt in diese Richtung ist ein guter Schritt damit auch dieses Thema hoffentlich irgendwann endlich zu den Akten gelegt werden kann was lässt sich zu dem Set jetzt noch sagen es ist einfach wahnsinnig groß es ist imposant und man muss ein Fan von U-Booten sein sonst wird man an diesem Set nicht viel finden ich hatte sehr sehr viel Spaß beim Aufbau auch wenn er wie gesagt nicht zu kompliziert war eher entspannend aber genau das habe ich gerade auch gebraucht und da hat das sehr sehr gut reingepasst optisch gefällt es mir sehr gut ich würde jetzt einfach mal diesen Fauxpas dass hier eine genaue Typbezeichnung auf der Plakette steht ignorieren und davon ausgehen dass das jetzt ein fantasiedeutsches U-Boot ist und dann finde ich ist das ein sehr sehr gelungenes U-Boot aussehensmäßig von außen ich finde mit dem genauen Namen auf der Plakette schießen sie sich ein kleines Eigentor der Innenraum gefällt mir ebenfalls aber ein paar Schritte nach vorn wären dort noch möglich gewesen was man vor allem am U-Boot vom Panlos sieht von mir bekommt das Set auf jeden Fall trotzdem eine Kaufempfehlung wenn man sich an so ein großes Set überplatzmäßig ranwagen möchte da braucht man schon einen geräumigen Tisch und ein geräumiges Regal und dann ist dieses Set aber auf jeden Fall sein Geld wert und mit dem Code Valleybrick ihr wisst das Ganze könnt ihr ja nochmal 20% sparen eben nicht nur auf dieses Set sondern auf jedes einzelne Set auf Lestai.de deshalb ich kann euch nur empfehlen schaut dort gern vorbei dort könnt ihr mit dem Code Valleybrick schon mal nicht allzu viel falsch machen und mit diesem Set auf jeden Fall könnt ihr auch sehr sehr vieles richtig machen wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt dann schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo-Damen in Zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag haut rein Euer Valleybrick Euer Valleybrick